Hallo mein Freund, ich bin Supermagic Gin. Bis später. Er hat gesehen, die Kamera geht wieder an, das Licht ist an, ich sitze hier wieder mal an meinem Tisch und wir beide möchten euch etwas Tolles zeigen. Endlich habe ich etwas bekommen, worauf ich schon seit vielen, vielen, vielen Tagen wachte von Mattel Creations, denn sie haben mir endlich hier die Dark Lynn ausgeliefert. Ja, aus der Masterworks Reihe, diese konnte man am 14. Februar, ja es war 14. Februar, Valentinstag, viele Ehegatten und viele männliche Verliebte saßen statt bei Kerzenschein, bei einem schönen Dinner, saßen sie nicht mit ihrer Freundin, nicht mit ihrem Partner an einem Tisch, sondern getrennt, denn der Liebste saß vom PC und wollte unbedingt die Dark Lynn haben. Ja, jetzt haben wir sie und jetzt möchte ich sie mit euch zusammen erst einmal auspacken. Sie kommt hier natürlich in einem braunen Mailer, ja mit dem neuen Masters of the Universe Logo, kommt sie daher und ja, da werden wir sie mal erstmal befreien. Ich habe ja noch vom letzten Mal, habe ich ja noch das Skalpell, was mir hier der Puppengeist mir geschenkt hat, wo er mir den Scarglo überlassen hat, mit diesem neuen Logo, 40 Jahre Masters, mit diesem Logo auf der Scarglo-Verpackung von den Origins. So, ja, man packt aus, jetzt bin ich gespannt, ich bin ein bisschen nervös, man muss ein bisschen ruckeln und zuppeln, dann kommt sie schon von ganz alleine heraus. Nichts mehr drin, ja, das tun wir mal zur Seite, jetzt gucke ich sie mir zum ersten Mal live an. Ja, ja, die Verpackung ist schon, ja, die gucken wir uns gleich noch ganz genau an, sehe ich jetzt schon mal anders als die herkömmlichen Revelations oder beziehungsweise die herkömmlichen Masterverse-Verpackungen, denn sie haben keinen durchsichtigen Blister mehr, ja, zumindest diese Version von der Darkling hat keinen durchsichtigen Blister, wo man mal reinlucken kann, ob die Bemalung stimmt, ob die Figur da drin stimmt. Das heißt, wenn sie kommt, ja, mit diesem, ja, Sichtschutz hier, mit dieser Blindbox, ja, muss man sich darauf verlassen, dass Mattel die richtige Figur eingepackt hat, ja, und dass sie auch gut bemalt ist und dass sie noch ganz ist. Ja, das ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber trotzdem sieht die Box schon mal geil aus. Ich schlage mal vor, wir schauen sie uns jetzt erst einmal genau an die Box. Ja, schaut dieses Artwork nicht richtig geil aus? Darkling, ja, mit glühenden Augen. Ja, hier sieht man das Revelation-Logo samt natürlich, dass diese Figur aus der originalen Netflix-Serie stammt. Hier die Verpackung von der Seite, von der gegenüberliegenden Seite. Und von der Rückseite. Und hier dieses Artwork ist so richtig geil. Darkling, lassiv auf dem Thronsessel. Eine richtig coole Umverpackung, ja, richtig mega cool, richtig toll. Darkling ist aus dem Revelation-Cartoon, wo sie die ganze Macht von Greyskull, ja, in sich aufgesogen hatte. Und das ist so gesehen die böse Sorceress. Ja, ach, herrlich. Na, zum Verlieben. Auf alle Fälle können wir sie jetzt rausholen, wenn man die Box hat. Das mache ich mit euch auch. Ich habe nämlich vorher auch keine Review geschaut. Jetzt machen wir mal zusammen, entdecken wir mal diese Figur samt Box. Jetzt sah ich gerade schon, man kann sie hier aufklappen, ja. Und wie ein Buch aufklappen. Und was kommt uns entgegen erst mal? Hier. Was immer das hier sein mag. Ach, okay. Der Karton, den man auch wieder aufklappen kann. Auch sehr schön. Sehr schön. Dass sie keinen dürstsichtigen Blister genommen haben, genauso wie beim kommenden Tellenfalter mit Point Red. Da fehlt nämlich auch der dürstsichtige Blister. Liegt daran, dass sie sehr wahrscheinlich auch jetzt hier Plastik sparen wollen. Ist natürlich vom Umweltaspekt natürlich toll. Für uns Sammler, ja, wir müssen uns wirklich darauf verlassen, dass, wie ich eben schon sagte, dass alles seine Richtigkeit hat, dass die Figur perfekt ist, gut bemalt ist, etc. Denn man kann da nicht mal reinschauen. So. Und hier, Moment, ich muss mal kurz alleine spingsen. Wie geil ist die Figur denn? Da, Klin. Jetzt sehe ich gerade, man kann das hier auch rausnehmen. Ja, guck mal hier, man kann das hier noch rausnehmen, ja. Guckt euch das mal an. Und hat man einen coolen Hintergrund. Gerade wenn man zum Beispiel für Instagram oder Facebook Fotos macht, kann man da gleich die Figur schön davor drapieren. Werden wir gleich natürlich austesten. Wie geil. Der Thronsaal. Der Thronsaal. Der Thronsaal von Greyskull. Sehr schön. Und hier die Figur. Hier. Da fällt sie mir schon entgegen. Na ja, auf alle Fälle, sie ist mir schon rausgekommen. Und das fällt uns auch da auf. Kein Plastik, sondern hier Karton. Und auch die Schnüre, wo die Figur befestigt ist, damit sie nicht nach vorne kippt, ist diesmal nicht aus so Gummistrapsen. Ja, nicht aus Gummistrapsen, sondern wirklich hier so aus, ja, was ist das? Papier, gezwirbeltes Papier, Pappe, ja. Wirklich umweltgerechter. Ja, cool. Erstmal das, aber ich muss mal gucken hier. Hier steht sie auch auf ein kleines Podest, seht ihr hier? Das kleine Podest, da kann man die Figur auch später schön wieder reinstellen, würde ich mal vermuten. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ach ja, hier, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier, The Evil Cosmic Goddess, ja, Dark Lynn. Hier steht auch noch der Name natürlich drauf. Den habe ich eben vergessen zu zeigen, ja. So ist das, wenn man sie hier, mein Gott, es fällt alles hier raus. Man kann das sogar rausnehmen. Was ist denn hier drin? Ach, das sind, ach, guck mal hier. Das ist ja nicht nur ein kleines Podest mit dem Masterverse-Logo. Nein, da sind auch auswechselbare Hände mit drin, werden auch hier angezeigt. Und auch solche Thunder, ja, solche Blitze sind dabei, die man auch von den Origins her kennt, glaube ich. Das müssen wir uns gleich auch mal anschauen. Auch eine gute Idee, ne? Das ist natürlich mit dabei. Das ist ja nicht nur ein Podest, wo man sie mit drauf draupieren kann. Aber wie gesagt, hier auf der Seite, wenn Dark Lynn, ja, eine schöne Box, muss ich lassen, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut die Variante, obwohl gesagt, ich kann gar nicht oft genug sagen, dass ich diese durchsichtige Plastik-Dingsfolie vermisse. So. Ja, jede Evil Lynn ist ja cool. Also was immer Mattel als Evelyn herausgegeben hatte oder auch Super 7, ja, muss ich sagen, gefällt mir immer sehr, sehr, sehr gut. Auch hier diese wirklich diese, obwohl sie wirklich schön muskulös ist, ja, eigentlich sehr sexy, hat sie diesen bösen Blick. Sie hat auch eine tolle, moderne Kochshaarfrisur, so wie es sein muss, ne? Sieht auch schon cool aus. Ja, auch hier dieses, ich möchte jetzt nicht sagen Halsband, aber das mit stachelne Halsteil sieht gut aus. Genauso wie das H für He-Man auf ihrer Brust, ja, mit ihrem Sportbeherr da drunter. Das ist schon, das ist schon ein, ich möchte jetzt schon sagen, das ist schon ein geiles Luder. Da muss ich mal einen Schluck Kaffee drauf nehmen. Die ist schon, die ist schon sexy. Ich habe auch schon gesagt, diese, diese Masterverse Fledermaus Version von Evelyn, die war schon sexy mit ihren Strapsen. Ja, aber diese ist schon heiß, hot. Ja, die ist schon cool. Auch hier, der Lennenschurz ist hier vorne, genau wie der Rock, obwohl er gar keinen Rock hat, Quatsch. Der hat nur vorne diesen Lennenschurz, der ist aus einem weichen Gummi. Und sie hat, wenn man umdreht hier, sie hat einen Umhang aus Stoff. Und der fühlt sich auch ein bisschen hochwertig an, muss ich lassen, er fühlt sich so an. Und ob der gleich auch hochwertig ist, wenn wir gleich zusammen erkunden, auf Erkundungsfahrt gehen. Guck mal, hier hinten, das sagte ich ja eben schon, das sind hier diese aus Pappe gezwirbelten Schnüre, ja, damit Evelyn nicht nach vorne kippt. Ja, die ist ja richtig spektakulär. Was natürlich der Nachteil ist, ist, ist es schon ein bisschen, klar, weil es Pappe hier ist, die wird jetzt nur noch wirklich nur mit Pappe, werden hier die Gliedmaßen hier fixiert, ist sie schon ein bisschen gerissen. Aber da will ich sie sowieso jetzt auspacken. Ich hatte auch nur eine davon geholt. Ja, normalerweise hole ich mir mindestens zwei von den limitierten Sachen, obwohl sie immer noch erreichbar ist. Ja, man kann sie immer noch kaufen. So habe ich es eben bei Mattel Creations gesehen, bei der Aufzeichnung des Videos. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch immer so ist. Weil, wie gesagt, seit dem 14. Februar war sie limitiert vorzubestellen. Dann wurde sie ausgeliefert. Und heute, heute haben wir den, auf alle Fälle haben wir Ende April, da habe ich das Video aufgezeichnet, da war sie immer noch verfügbar. Also die ist jetzt nicht so die beliebteste Figur gewesen. Oder Mattel hat zu viel angefertigt, kann jetzt ja natürlich auch sein. Da habe ich ihm das ausnahmsweise nur einmal geholt, weil sie mir jetzt natürlich, weil es Masterverse ist. Und ja, bei Masterverse hole ich ja immer nur ein, Mal, ich bekomme gerade eine Nachricht nebenbei. Moment, der Puppengeist holt gerade für mich eine Masters-Figur bei unserem ansässigen Comic-Händler, der nebenbei auch, ja, der neben Comics, beziehungsweise neben Comic-Figuren wie die Masters of the Universe Origins, hat er auch diese E-Zigaretten. So, und jetzt habe ich ihm gesagt, weil wir heute im Laden waren, habe ich gesehen, eine Figur, den Redlor, hier zeige ich euch das mal, und es war wirklich auf einer perfekten Karte. Und ich habe mit mir rumgehadert. Im Endeffekt habe ich sie mir nicht mitgenommen, aber wo wir zu Hause waren, kennt ihr das Problem, dann wollte man die Figur doch haben. Und da ich das Video noch aufzeichnen wollte und ich auf Hermes noch gewartet habe, nebenbei, ist denn der Puppengeist extra noch mal losgefahren und holt mir Redlor auf einer wirklich perfekten Karte. Da kann ich euch nochmal zeigen. Ja, das hat er sehr wahrscheinlich schlecht gesehen. Aber mit den Origins kann man nie was falsch machen. Die hole ich mir ja immer zweimal, einmal zum Auspacken, einmal zum Zeigen. Aber diese perfekte Karte wollte ich unbedingt haben, weil meine verpackte Redlor-Karte hatte eine kleine, mini-minimale Stresslinie. Das ist mir auf den Sack gegangen. Jetzt habe ich sie nochmal zurückgekommen. Also wie gesagt, ich habe sie mir nur einmal geholt. Muss reichen, wie ich bei allen Masterworks-Figuren habe. Da habe ich, glaube ich, nur ganz wenige, die ich doppelt habe. Jetzt, wenn wir sie mal rausbefreien, dann kann man nämlich den Karton auch wegwerfen. Ist natürlich umweltfreundlicher als diese ganzen Plastiksachen. Obwohl ich als Sammler muss sagen, diese Plastikblister finde ich schon schöner. Auf alle Fälle. Ihr könnt mir gerne unten reinposten, wie ihr das so empfindet. So, wir machen das mal auf. Die haben auch keine schweren Knoten drin. Die kann man eigentlich leicht lösen. Gegebenenfalls ist natürlich immer vorausgesetzt. Man hat Fingernägel. Aber ich mache das hier mit meinem Skalpell auf. Dann geht es doch schneller. Dann brauche ich nicht immer so lange rumzufrimmeln hier im Video. Weil ihr habt ja auch keine Zeit. Ihr wollt das Video schnell konsumieren. Und ihr möchtet nicht den alten Mann hier vor der Kamera rumlabern sehen. So, dann sieht das Ganze noch so aus. Ja. So, das mal weg. Und jetzt habe ich die Darklin hier vor mir. Auch sehr schön. Auch hier in dem Umhang sehe ich schon, ist auch ein Draht mit eingearbeitet. Damit kann man hier sehr schöne Posen machen. Ja, da kann man den auch schön ausstrecken, den Umhang. Das macht sie noch interessanter, die alte. Die alte. Also die Evelyn. Also die Darklin. Ich komme gar nicht mehr aus dem Nummer raus. Dann sieht man immer, wenn man in einer Beziehung ist, man redet nur noch davon vom Alten und von der Alten. Dann weiß man, in der Beziehung hat man es geschafft. So, ja, sieht toll aus. Sie hat auch einen sehr schönen Unterrock hier. Ja, guck mal aus. Auch aus einem feinen Zwirn. Ist schon etwas hochwertiger als manch andere Umhänge und Beröcke, sage ich jetzt mal. Beröcke gibt es dieses Wort. Ich weiß es nicht. Bei den anderen Masterworks Figuren, da gibt es einige, wie zum Beispiel auch King Greyskull. Weil der hatte auch so einen tollen Umhang mit einem Draht. Das war auch sehr, sehr hochwertig. Aber dagegen war der normale Scareglo der Masterworks Reihe, der Standard Scareglo, der hatte auch so einfach so einen Lappen. Das war mehr auch so ein Putzlappen. Hier ist es sehr schön gemacht. Toll. Ach, sieht richtig cool aus. Auch hier die Brosche auf dem Gürtel. Wie geil ist das? Und wie ich euch schon gesagt habe, hier auch dieses Haar vorne. Das Haar von He-Man ist sehr toll. Das kann man leider nicht abnehmen. Und hier auch, weil dieses Halsband ist abgefahren. Ich sage jetzt mal Halsband dazu. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Das ist ja cool. Die ist auch sehr schön bemalt. Ich gucke gerade mal. Die Bemalung ist top. Ja, vorne auf den Fußrücken oben sieht man auch noch Rauten. Ja, rautenedige Gebilde. Sehr schön. Hat was, ne? Das ist eine wirklich sehr schöne Figur. Die sieht ja noch besser aus als auf den Produktfotos. Das haben ja viele Figuren. Ja, wenn man sagt, die sehen ja auf den Produktfotos nicht so toll aus. Braucht man die? Sind die gut? Wenn man die in den Händen hält, muss man sagen, die sind cool. Jetzt kommt natürlich das Frauenproblem wieder bei den Masterverse-Figuren. Wir gucken mal in der Standfestigkeit. Da muss man immer sehr lange drapieren, bis die endlich mal anfangen zu stehen. Auch hier muss man gucken. Da muss man wirklich wieder ein bisschen Geduld aufbringen. Der Ludwig hat keine Geduld. Er macht sich hier schon Platz auf. Guck mal, er legt sich jetzt hin. Das interessiert ihn schon gar nicht mehr. Das ist jetzt nicht seine Figur, glaube ich. Oder Ludwig? Das ist eine kleine Figur. Ja, schnuppa schnuppi. Und kann man die als Mitbewohnerin hier aufnehmen? Er entscheidet sich gleich am Ende des Videos. Dann sagt er uns, ob die hier wohnen darf. Das ist natürlich jetzt sehr schwer. Moment. Da muss man drapieren. Auch sehr schwer sehe ich gerade mal. Ach, das kann man noch. Das ist auch ein bisschen schwieriger, hier einzuknicken. Aber es geht. Aber die Standfestigkeit wieder mal. Ist wieder allererste Sahne nicht. Meine Güte. Das muss man ja wieder. Das hasse ich so bei den Frauencharaktere in Actionfiguren. Die haben alle immer ein bisschen Probleme mit dem Stand. Doof. Das geht mir schon jetzt wieder voll gegen den Strich. Also Standfestigkeit, also gute Standfestigkeit ist anders. Ihr könnt ja auch gerne mal reinposten, wie eure Darklin, wie sie steht. Nee. Also die hält ja bei mir mal gar nicht. Die macht eher ein Spagat, als wenn sie ordentlich mal stehen könnte. Warum? Wo ist das Problem? Lön. Ja. Man hatte sie beim Revelation Cartoon, zwischenzeitlich war sie sehr schön, wo die Serie gestartet ist. Dann hat man sich verwundert, hey, Evelyn geht auf die Seite der Guten, zusammen mit Beastman. Und im Endeffekt, ja, das alte Luder, ne. Hast den Platz der Sorceress eingenommen, du Bitch. Also Stand ist ja Katastrophe. Also meine steht auf alle Fälle nicht. Ich muss mal gucken unten. Das finde ich jetzt sehr doof. Und wir sitzen auch noch morgen hier, nur um damit sie steht. Och Evelyn, Darklin. Ach. Wir gucken sie uns trotzdem mal so an. Naja, es tut mir leid, sie hat keinen perfekten Stand, sieht aber trotzdem gut aus. Ja, das macht sie wenigstens damit wett. Und als sie gleich wieder in die Box kommt, da hast du davon. Du wirst auf alle Fälle hier nicht draußen hingestellt. Ja, auch hier oben, die Oberarmschoner sehen auch sehr, sehr, sehr nobel aus. Ich finde die Figur wirklich, also ich muss auch da ganz ehrlicherweise sagen, man muss sie nicht unbedingt haben. Also wenn man sie als Sammler nicht in seinem Repertoire zu Hause hat, ist es auch nicht schlimm. Aber ich sage euch auch hier, wenn man sie wirklich in Händen hält, möchte man sie am liebsten gar nicht mehr abgeben, weil sie halt sehr schön ist, sehr cool ist. Auch die, wie gesagt, die Brosche vorne am Gürtel finde ich cool. Ach, toll. Die ist cool. Die ist wirklich auf alle Fälle cool. Mein Gott. Die Hexe will nicht stehen. Ja, was ich sagen wollte, die hat ja auch noch in dieser Box, hat sie hier noch auswechselbare Hände mit dabei. Nicht nur das, wenn man die Box aufmacht, ist auch ein sehr schönes Etui, hier noch kann man benutzen. Dann kann man das hier auspacken. Da ist nämlich ein kleines hier, so ein bisschen Papier mit dabei. Und dann haben wir hier die Blitze. Ja, die kennen wir ja schon aus den Origins-Toyline, aber aus der Masterverse-Toyline. So Blitze für die Hände, die auch mit dabei sein sollen. Sie hätten nämlich noch zusätzlich zwei auswechselbare, austauschbare Hände mit dabei. So, kleine, kleine, kleine Hände. Kennen wir ja, ne? Ja. Also die hat zwei Fäuste, die geöffnet sind und zwei Fäuste, die geschlossen sind. Die geschlossenen Fäuste sind natürlich dafür da. Gleich für die Blitze hier. Hitzeblitze, Hitzeblitze. Wie komme ich jetzt auf Hitzeblitze? Kennt ihr das noch? War es aus irgendeiner Langnese-Werbung aus den 90ern, glaube ich, ne? Hitzeblitze. Psst, kennt ihr das noch? Wie komme ich jetzt auf den Scheiß? Also manchmal wundere ich mich, wie viel Hörnmüll ich in meinem Kopf habe. Und viele denken, mein Gott, ist der belesen. Wenn ich plötzlich mit sowas anfange wie Hitzeblitzebord, der ist belesen. Der weiß es noch, ob das aus den 90ern ist. Aus einer Eis-Werbung von Langnese müsste das gewesen sein. Ich weiß aber auch nicht, ob dieses Eis auch Hitzeblitze hieß. Falls, postet ihn da unten mal rein. Das würde mich auch mal interessieren. So, wir wollen, bevor ich jetzt anfange, hier abzuschweifen, wollen wir mal die Wechselhände mal draufsetzen, damit wir auch die Blitze anschließend hier draufsetzen können. Das macht die Figur ja noch besser. Oh, sehr stramm. Halleluja. Sehr stramm einzusetzen. So, die ging schon besser. Und dann können wir diese Hitze, ja. Diese Blitze kann man hier draufsetzen. Und hier auch. Cool. Moment. Das ist ein schönes Gimmick. Gefällt mir richtig, richtig gut. Gut. Wenn sie stehen würde, wäre es natürlich noch, das wäre natürlich Premium Entertainment. Ja, auch die Bauchmuskeln, mein Gott. Sie muss ja den ganzen Tag ja Angriffe mit Skeletor planen und dann hat sie noch Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Wow. Also ein richtiges, das ist ja wirklich ein richtig cooles Sixpack. Auch die, also muskulös auf alle, alle Fälle. Ja, das haben die Masterverse-Figuren ja sowieso alle. Cool. Jetzt gucke ich gerade mal, kann man auch den Umhang hier abnehmen? Ich vermute mal. Man kann auf alle Fälle auch hier dieses Halsband, sage ich jetzt mal, abnehmen, was richtig toll ist. Hier, guck mal. Und dann kann man ja bestimmt auch hier, ja, man kann auch hier den Umhang abnehmen. Wenn man sagen sollte, hey, der Umhang ist jetzt nicht unbedingt meine Sache, kann man doch bestimmt hier abnehmen. Momentchen mal, Momentchen mal. Kann man das hier? Ach, guck mal, so ein Klettverschluss ist da drin. Guck mal hier, ein Klettverschluss. Ja, dann kann man den Umhang, guck mal, cool, ne? Kann man denn hier, die hat hier so eine Halterung, seht ihr das? Dann kann man die durchstecken und dann hat sie einen Umhang. Man kann auch hier oben diese Armschoner justieren und hier unten kann man das hier abnehmen. Den Unterrock kann man, glaube ich, hier nicht abnehmen. Ich möchte mich mal nicht kaputt machen, ne? Also, vielleicht kann man doch abnehmen, aber nee, abnehmen kann man das Teil nicht. Ja, aber so siehst du hinten aus, seht ihr das? Diese Löcher. Ja, hat wirklich etwas und hier oben die Armschoner, kann man die abnehmen. Ach, doch, guck mal hier. Ach, natürlich, guck mal hier. Hier diese Oberarmschoner mit hier dem Halterung für den Mantel kann man natürlich abnehmen. Da ist hinten so ein Loch drin, seht ihr das? Dann kann man das gleich wieder reinstecken und dann, also da reinstecken, da kann man bei ihr reinstecken, ja, dann ist, ich rede, ich rede mich wieder hier um den Kopf und Kragen und dann kann man den Umhang draufsetzen. Ich hätte also auch noch ein Loch, ja, dann ist es so gesehen eine, ich erspare mir das jetzt, wievielte Loch sie ist. So, cool, schön, also eine tolle, tolle, tolle Figur, ne, Ludwig? So, da wollen wir wieder mal den Umhang anlegen, das machen wir noch zum Schluss zusammen, damit ihr seht, dass es gar nicht so schwer ist. Also auch hier merkt man wirklich sehr, sehr hochwertig gefertigt, ja, auch eine sehr schöne Farbe, ich mag ja, Lila mag ich ja sehr gerne, ist einer mit meiner Lieblingsfarben, neben Grün, Blau und, ja, Rot ist eigentlich auch meine Lieblingsfarbe eigentlich, aber Blau mag ich auch sehr gerne, so, dann schickt man das hier durch und kann dann hier dran kletten, an diesem Label, also hier diese Zunge, zeige ich euch jetzt auch, Moment, Moment, mal so, da seht ihr, dann hat man das hier dran geklettet und dann kann man bei der Evelyn hinten reinstecken, mein Gott, mein Gott, Mark, Mark, dafür komme ich wieder in die Hölle, in die, in die Toy-Review-Hölle, so, wo alle hinkommen, für alle, für alle Toy-Reviewer, die immer so doppeldeutige Reviews machen, oder war es so rum, ach so rum, ich bin auch, ich habe es auch noch falsch rum gemacht, ich dämel, Moment, ich habe es falsch rum gemacht, es ist ja auch gar nicht so einfach, Kinderspielzeug richtig vorzuführen, Moment, so, Moment, Moment, so rum muss das ja sein, so rum, ganz wichtig, diese Oberarmtschoner müssen nach oben sein, klaro, ist ja auch logisch, ja, aber im zweiten Mal, da klappt es doch, und wenn ihr die Figur zu Hause haben solltet, oder bekommen solltet, wisst ihr ja, äh, wie es funktioniert, und dann seid ihr natürlich cleverer, dank meines Videos, der euch zeigt, wie das richtig funktioniert, so, und das auch wieder rankletten, so, geht doch, jetzt machen wir es hinten reinstecken, zumachen, fertig, so, so, ja, fertig ist die Maus, da werde ich auch mal die richtigen Fäuste wieder einsetzen, Seidenpapier, jetzt fällt mir dieses Begriff ein, es ist nicht nur einfach ein Papier, das ist Seidenpapier, ja, Seidenpapier, und sie hat dabei natürlich direkt vorinstalliert, hat sie schon zwei Hände, die ausgestreckt sind, ja, so, sie hat auch schon zwei Pranken mit, dabei, die sehen wirklich aus wie Pranken, sehen aber auch toll aus, so, ja, sie hat auch da 30 Gelenkpunkte, wie alle Masterverse-Figuren, sei es männlich, noch weiblich, ja, cool, auf alle Fälle ein Blickfang, Nachteil, wie gesagt, ist, meine Figur konnte nicht stehen, also bis jetzt nicht, ja, sie steht nicht, ich weiß auch nicht warum, vielleicht habt ihr mir mal einen Tipp, den ihr mir mal sagen könnt, wie man diese Figur zum Stehen bekommt, Beine justieren, ich weiß es nicht, ärgerlich, ärger, ärgerlich, böse, böse, Darklin, und dafür, ja, jetzt will ich dann eine Strafe, eine gerechte Strafe, jetzt geht es Ihnen das Ding noch auf, Moment, die kriegt auf alle Fälle ihre gerechte Strafe, sie muss nämlich heute für mich kochen, so, das soll die Strafe für sie sein, das böse, böse Ding, gut, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Giganten, Phantom, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr könnt gerne unten reinposten, wie ihr die Figur findet, werdet ihr euch diese holen, das ist hier so labberig, muss ich nochmal rausziehen, Moment, Moment, das ist mir zu labberig, Moment, 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 so, jetzt, jetzt ist es wieder fester dran, wie gesagt, postet unten rein, würde mich interessieren, und was ich natürlich doof finde, ist bei Matel Creation zur Zeit, das habe ich auch schon mal in verschiedenen Videos gesagt, dass, wenn man bestellt, dass sie mittlerweile, viele bekommen die sehr, sehr, sehr schnell, die Figuren, manche wie ich zur Zeit bekomme, die Figuren, obwohl ich sehr schnell sie bestelle, bei Matel Creations, immer gefühlt am Schluss, ja, mit dieser Darkling, also, das hat schon lange gedauert, bis ich sie habe, ich habe die ersten Reviews schon gesehen, von vor drei Wochen, da hatten die Leute schon gehabt, und auch andere Sachen, die ich bei Matel Creations bestellt habe, die es da verfügbar waren, wie zum Beispiel, die, ähm, Snake Teela und King Rendor 2000Xer Vision aus der 13er Wave, ja, die Snake Teela kam jetzt an, zweimal so, wie ich sie bestellt habe, und King Rendor wird nachgeliefert, also, was ist da los, Matel, was ist da los, bei euch wieder mal, so macht Sammeln wirklich keinen Spaß mehr, aber nichtsdestotrotz, wenn das da ist, sind das wirklich perfekte Waren, ja, auch die, schön, ach, hi, ich bin's, Darkling, ja, gut, damit beschließe ich jetzt wirklich zusammen mit Ludwig, Ludwig, einverstanden, kann man sie hier lassen, er guckt mich fragend an, süß, ne, damit beschließe ich die heutige Ausgabe, wie gesagt, von Giganten Phantom, wir sehen uns wieder bei einem, der nächsten Videos hier auf meinem Kanal, bis dahin bleibt auf alle Fälle gesund und natürlich für immer sammelwütig, tschüss, und er geht wieder.